Vor fast genau fünf Jahren war mein jetziger Gast schon mal bei uns im Center TV Studio. Damals hatte sie gerade die KRASS Stiftung gegründet und ich freue mich, dass Claudia Seinsticker heute nach fast genau fünf Jahren wieder mal zu Gast bei uns ist. Ja, Frau Seinsticker, ich habe es gesagt, die KRASS Stiftung ist fast genau fünf Jahre alt. Seit sechs Jahren gibt es aber schon die KRASS e.V., den Verein. Was macht der Verein alles? Als ich vor fünf Jahren die Stiftung gegründet habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir heute auf 17.000 Kinder zurückschauen können, die mit dem Vehikel Kunst gefördert wurden. Das heißt, wir versuchen Kindern und Jugendlichen Kunst zu vermitteln, machen sie stark und durch die Gruppenprozesse bekommen diese Kinder auch mehr Selbstvertrauen. Und ich kann das einfach am besten anhand eines Beispiels sagen. Hier in Düsseldorf haben wir momentan acht Projekte laufen. Manche Kunstklassen finden bei den Kooperationspartnern statt. Wir holen die Kinder von der Förderschule ab, bringen die dann zum Kooperationspartner. Dort kriegen die ein warmes Mittagessen und dann machen wir mit denen Kunst. Wir gehen aber auch einmal im Monat mit den Kindern ins Museum. Wir machen einmal im Monat Kunstklassen, wo die Eltern dann auch eingeladen werden, sodass wir mit den Eltern eben auch sprechen können. Und die Kinder eben ihren Eltern auch ihre Erfolge mitteilen und somit eben auch Aufmerksamkeit bekommen von ihren Eltern. Sie haben es gesagt, 17.000 Kinder. Wie hat sich denn der Verein weiterentwickelt in dieser ganzen Zeit? Also wie haben Sie angefangen, bis es heute denn diese 17.000 Kinder waren? Ja, und zwar meine Verbreitungsstrategie läuft über das, wie soll ich sagen, Social Franchising. Ich wusste nicht, dass es Social Franchising gibt, aber ich habe es halt gemacht, weil jeder Künstler, der zu mir gekommen ist und meine Idee gut fand und auch Kinder Kunst vermitteln wollte, vor allen Dingen den Kindern, die sich keine Musikunterricht oder keine Kunstschule, keine Theatergruppe leisten können. Denen habe ich mein komplettes Know-how zur Verfügung gestellt. Ich habe ein Handbuch geschrieben, sodass sie sich ein bisschen auch daran orientieren können. Und somit sind bis jetzt eben 15 Standorte in Deutschland etabliert, wo genau das Gleiche passiert wie hier in Düsseldorf. Im Mutterhaus. Außerdem haben wir auch einen Standort in Kambodscha und wir haben einen Standort in Shanghai in China, wo wir schon seit drei Jahren 15 Kinder, die keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, auch mit den Mitteln der Kunst stark zu machen. Das heißt, im asiatischen Raum vermitteln wir die Kunst in englischer Sprache. Und Kinder öffnen sich beim Malen und lernen die Sprache dann dadurch auch schneller. Sie arbeiten ja auch sehr viel, gerade im Moment, mit Flüchtlingskindern zusammen. Eine Aktion durften wir auch in der letzten Woche schon mal ein bisschen begleiten. Wie ist die Arbeit mit den Flüchtlingskindern? Wie verständigt man sich vielleicht auch? Ja, die Arbeit mit den Flüchtlingskindern, die ist einfach, die gibt mir selber persönlich und auch den anderen Künstlern. Ich stehe ja hier stellvertretend für 20 Künstler, die bei uns arbeiten. Wir bekommen so viel, weil wir genau merken, dass die Kinder, die in diesen Unterkünften leben, ein tristes Leben haben. Und wir kommen einmal am Tag in ein Flüchtlingsheim und die Kinder kommen schon auf uns zugerannt und lernen auch total schnell Deutsch. Also ich weiß, ein Kind betreuen wir jetzt schon seit anderthalb Jahren, die spricht jetzt schon perfekt. Aber die war ein Jahr auch nicht, die ist ein Jahr nicht zur Schule gegangen und hat in diesem Jahr perfektes Deutsch gesprochen. Und ja, man merkt diese Dankbarkeit, dass man, das war unheimlich viel von denen bekommen. Das höre ich auch immer von meinen Künstlern. Man merkt ja auch gerade im Moment, die Hilfsbereitschaft auch der Düsseldorfer ist wahnsinnig groß. Wenn man das jetzt sieht und sagt, Mensch, ich möchte da gerne auch was tun, ich möchte denen gerne helfen. Wie kann man Kontakt zu ihnen aufnehmen und was kann man tun? Ja, wir suchen momentan dringend im Managementbereich. Das heißt, das Management-Team ist total ehrenamtlich. Es sind 90 Leute und ich habe ungefähr noch 30 Bewerbungen, die ich noch nicht gesichtet habe. Wir brauchen aber unbedingt Hilfe in der Administration. Das heißt, die normale Organisation eines Büros. Und wir brauchen auch Sachspenden. Wir brauchen aber auch Geldspenden. Und ich kann nur sagen, die Düsseldorfer sind einfach wunderbar. Letzte Woche haben wir eben eine unglaubliche Flut von Spenden erhalten. Ich sage das mal, 1000 Wasserfarbkästen und über 1000 Wachsmalstifte. Und das brauchen wir natürlich auch, weil wir malen 1200 Bilder pro Woche mit den Flüchtlingskindern. Ich finde es ein wirklich toller Verein. Ich hoffe, dass jetzt viele zugehört haben und viele spenden werden. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in fünf Jahren wieder. Vielen Dank, Frau Seidenstiger. Vielen Dank, Frau Bröker.